. 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 Wie dir in Zukunft leben wird. Ob ein Auto irgendwann einkehrflieht. Wie eine Pension wird ausgesehen. Wie ein Hobby in der Welt tun. Oder wie die Reise wird. Mit dem Foyer wird immer da sein. Alles schützen. Foyer. 200 Jahre für ihr stehen.